So Leute und herzlich willkommen zu der zweiten Folge Michael Fleece mit dabei ist der Tabardee Hallo und der DG Warum wartest du mal so lange wenn du redest? Ich höre, keine Ahnung, die Verbindung ist auch so weg Ich höre bei dem zu mal plätschen nach 5 Sekunden guck Hast du das sofort gehört? Ja Nein, also bei mir kommt alles und du musst sagen, spiel es später an Ja, wegen dem Upload wahrscheinlich, das wird daran liegen, das müssen wir dann ändern Weil wir gerade eben ja noch uploaden und Nein, 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 lass ihn weiterlaufen, der muss doch heute kommen, du darfst ihn nicht stoppen Du kannst hier gar nicht stoppen Ja, aber dann, wie heißt das? Wir können doch reden, das funktioniert doch alles Dann hören wir uns ein bisschen später, ist aber nicht so schlimm Machen dafür auch nur eine Folge heute Okay So, heute wollen wir vielleicht ein bisschen anfangen Ich gehe wahrscheinlich gleich farmen, also farmen soll ich wahrscheinlich tun Ja, du musst Essen machen, wäre schön Ich gehe an den Farmen, ja weiter Ja, so Mach das ruhig Äh, du machst Essen? Ja, komm hoch, hier ist Essen schlecht Ja, musst du mich jetzt schon runterwerfen, bin schon am Farmen Gott, ich kann nicht mehr rennen Nee Nicht mehr springen richtig Ist sogar noch geschafft Also So War auch jetzt, also war schon cool, zwar schon so ein bisschen, aber die nächste Freund von Folge, könnt ihr euch drauf freuen, ist Nick am Start Nein, ich bin mehr gut Nein, ich bin mehr gut Äh, da ist alles durchgesucht Ja So wird's gemacht Oh Gott Ich habe keinen Skin Also jetzt Jetzt habe ich wieder einen Skin Hast du wieder volles Essen? Ja 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 Wo bist du? Ja ich habe alles, jetzt haben wir gar kein Essen mehr Lass, lass mal so ein bisschen drüber reden, welche Mods möchtest du denn jetzt noch hinzufügen hier? Weißt du das schon? Ob ich mir keine Gedanken gemacht Ob ich mir keine Gedanken gemacht Ja, aber noch nicht Du dir schon? Nein Ich Vielleicht irgend, also ich möchte auf jeden Fall Big Reactor wahrscheinlich drin haben Ja, das habe ich schon genommen So gar nicht Oh, das werde ich schon nehmen Ja, aber ich habe, ich habe es schon davor gesagt Ich habe es ja schon davor gesagt, deswegen kannst du es ja nicht nehmen Okay, gut, ich gehe anscheinend hier falsch Aber bin ich da, okay, gut Also In ungefähr Zwei Wochen kommt dann auch wieder ein neues Projekt raus GTA 5 wahrscheinlich Da Wir wollten das jetzt eigentlich auch direkt noch zum Anfang aufnehmen Aber das Problem ist einmal wegen Leon Aber das wäre ja nicht so Also schon mal hätten wir es alleine aufgenommen Das Problem ist eher bei uns Ähm, jeden Monat wird Also ungefähr jeden Monat wird immer Ein Account entweder meiner oder Nikis gehackt Wir wissen nicht warum Eigentlich Ähm, haben wir hier keine Viren und so alles drauf Alles läuft flüssig Aber trotzdem Wissen wir nicht warum es halt so ist Da müssen wir uns dann halt noch irgendwie mal reinfuchsen Nachgucken Was wir dagegen tun können Wir müssen dann jeden Monat schreiben Und da das Team Support ja immer der grässlichste Support ist, den es gibt Wird immer, ähm, dauert es immer ungefähr Einen Monat bis wir die ganzen Kontodaten wieder zurückbekommen Deswegen Also fast Ein Monat Welche Mods haben wir alle drinne? Computercraft Ähm, Towncraft Bullcraft Und Das war's, oder? Wartet mal Tja So Und Und Turbo Expansion Genau Geht das auch mit dem Ad Geht das auch mit dem Ad irgendwas? Ja Ne 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 rein und das soll mal gucken ich komme mal hoch raus mit der neue Spitzhacke spitzi Spitzhacke Dankeschön ein bisschen essen noch und nicht was hast du dein was eigentlich dein Lieblingsessen wenn wir bei der Frage sind ja hallo ja hallo was ist dein Lieblingsessen dein Essen wie kommt es auf so eine Frage ist doch egal sag doch einfach also fängst du doch jetzt mit Taubkraft an ok gut finde ich gut ich finde den Zauberstab die Bosnisa-Weson äh äh kann man das aufstehen oder was Adi hab ich gefunden ach was wie gegner denn nochmal A2 Eisenlage zwar anders doch oder nicht nein wie dann es war ein Goldnaget und eine Erdscherbe äh okay oh Gott das war damals noch ganz anders ich finde mal ein bisschen Holz so ich glaube ich begebe mich dann jetzt auch gleich ans Hausbau obwohl ich glaube wir machen das so du musst wiederholen das Haus bauen tun wir glaube ich außerhalb der Folge ok oder wir machen das in Zeitraffer das geht auch und ich würde sagen wir sehen uns dann gleich zum Zeitraffer ich mache nochmal hier kurz dir nochmal eine Spitzsacke und dann würde ich sagen geht es jetzt los mit dem Zeitraffer bis gleich so df idf trö، df muss man ein bisschen mehr reden das ist gar nicht du redest ja gar nicht ja du redest ja gar nicht wenn du redest sollte es einfach ein quatschen oder was wenn aber darfst du den gelben lieber ansehen möchtest du denn lieber ein geld hallo möchtest du dir lieber ein geld her ansehen das wo jemand redet oder wo jemand nur ganz still ist ja aber wie soll ich denn sagen wenn du die ganze trete ist denn wir redest du halt gleich ein bisschen aber nicht nicht mehr über mini gehabt auch mal was anderes einfach mal so reden weißt du was was das für einfällt wir könnten ja eigentlich factory sky oder sky factory 3 spielen vielleicht irgendwann mal wenn das ist es gibt ja schon drei ist es gibt schon eine dritte version dazu wenn irgendwann mal falsch zu bock hast du müssen ja nicht heinig was machst du denn da ich brauche kannst du mir das essen geben ich dir essen gehen wo was denkst du wenn du mir ein leder holst hier gibt es keine kühe alter jetzt gibt mir essen hol eine kuh es gibt keine kuh hier ich hole die gleich jetzt gibt mir essen ich habe eh kein essen alter witzig dann besorgt dann besorgt dann besorgt dann mal essen du fängst schon mit dem modpack an ohne ohne hier ja war haben die doch erstmal lieber 10 jedoch nicht nicht töten diese zwei kühle es gibt nur nur zwei davon ich gucke hier ist eine kuh hinten beim wollen eine kuh zweite kuh drei kühle die kühle fünf kühle ich kühle die ganz weit weg von uns sind die sind auch scharf die ist ja scher sie mal gleich ja ich hab noch kein ding so Leute und da sind wir dann auch wieder nach einer kleinen teile ich glaube liegen so 10 bis 20 sekunden höchstens ja wir haben jetzt hier ein bisschen fichtenholz gesammelt und ich denke auch nicht dass es auch noch nicht reicht also ich denke es wird noch nicht reichen aber mal sehen ich glaube ich mache dieses mal eine ganz komische kombination ich glaube ich mache dieses mal eine kombination aus sandstein und fichte ja kannst du machen oder möchtest du dich diesmal als haus begeben weil du begibst dich ja sonst wie in das haus obwohl ich glaube das haus machen wir abseits der dings abseits der aufnahme dann dann zeigen wir euch das einfach nur aber jetzt nicht jetzt fang ich erstmal ein bisschen an mit den ganzen strom weil ihr könnt euch nochmal dieses komische buch machen wohl du musst ein buch brauchen dann nach mitten danach also ein buch wie war es ein buch und danach nee ein ähm du brauchst ein bücherregal danach darauf danach reicht 30 mit dem zauberstab so wir brauchen weizen das geletzte töten fahren ich hab noch ein bisschen ähm dings die energie klochen steht schon in der kiste ich will dann direkt war das gut ja da ja habe ich schon so so und ich geh jetzt mal wieder weiterfahren damit wir hier endlich mal ein bisschen Eisen oder ein bisschen was bekommen hier wir haben ja hier gar nichts mehr wir brauchen hier das doppelte an Eisen weil wir jetzt hier auch oh Gott spreche ich unerlich weil wir hier ja auch äh keine Mods ähm Mods haben die das danach entledigen also sprich die das danach sagen dass ähm die andere Stoff hinzufügen mit dem danach etwas bauen kann wie zum Beispiel bei den neueren Versionen da gibt es ja auch ähm Kupferei ähm Ex und sowas gibt es ja hier noch gar nicht und bei der 1,7 hier gibt es ja ähm 1,4,7 gibt es ja auch schon ähm zum Beispiel bei Tech It Light gibt es ja auch schon die Mods dass wir wer heißt es dass wir ich bin dabei warte mal dass wir äh das ist Oliven oder Oliven oder Oliven und so alles gibt ja also diese roten Sachen und so hat sich gar nicht für uns das Steak zu essen naja jetzt sind du drin bei uns hä ach du hast sie geholt aber nicht töten ne Nick nicht töten nicht töten ich weiß die nehmen wir zum züchten alle anderen kannst du töten noch eine Kuh hä ja genau ich wollte schon sagen mit einer kommst du nicht weit hast du jetzt die Zeit gestoppt hast du jetzt die Zeit gestoppt wollte ich dir noch sagen du musst die Zeit stoppen scheiße ja nein 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 ich würde sagen es sind drei Dings es sind glaube ich schon 10 Minuten vorbei davon sind vielleicht 5 Minuten davon sind Zeitraffer wird schon noch ein bisschen spielen weiter nicht mehr so lange jetzt müssen wir immer die ganzen Folgen nachts über hochladen danach auf auf dem stellen dass die und das ist das sie damenmäßig kommt ist glaube ich auch besser weißt du wie ich das meine Nicky aber ne komm jetzt raus ich bin da ich kann gerade nicht da ist ein da ist ein Zombie ja schaffst du doch wohl 17 Kuh ich hab ein zwei Kühel ich hab doch du bist Taba Fricken HD alter du schaffst das doch wohl ja um mich mach ich keine Sorgen ich bin ähm mich mach ich mir keine Sorgen sondern um die Kühe und das sind Fricken Taba HD Kühel wir schaffen das auch der Kühl kann die Kühe keine Sorge du bist von der Kugel geschlagen das kann ich mir kaum vorstellen das kann ich mir kaum vorstellen so wir haben ein bisschen Redstone das ist gut ah das Problem ist jetzt bei der Mining Turtle können wir die jetzt wie bauen wir jetzt die Mining Turtle warte mal kurz oh nein aus Diamant nein ja wir haben keinen Diamanten ja wir haben keinen Diamanten ja wir haben keinen Rubin rein tun wir haben keinen Rubin rein tun bevor wir Dings machen ja aber dann lohnt sich das ja gar nicht den haben wir ja umsonst rein getan dann könnten wir erstmal was anderes rein tun ja da haben wir nicht nachher dann auf welcher hier sind wir auf 10 wir müssen auf 12 gehen wir können auch mal auf 10 bleiben wir sehen ja die 12 das ist ja das ist 10 das ist 11 das ist 12 ja oh man wir hätten auch noch eine Minimap mitnehmen sollen wir denken gar nicht nach wir haben jetzt einfach weil wir wussten gar nicht mal welche Mods wir jetzt unbedingt rein tun sollten deswegen haben wir gesagt wir nehmen jetzt einfach mal die bekanntesten Mods von uns aus die wir sonst immer in Modpacks kennen das wären eigentlich die einzigsten 5 Stück die wir so kennen die man sofort fragen könnte wir wissen sie sofort weil wir benutzen auch immer diese ganzen 5 Mods manchmal klar auch Industrial Craft aber Industrial Craft wäre jetzt zu Anfang ein bisschen scheiße weil Industrial Craft auf dieser Version ist nicht so gut Industrial Craft auf dieser Version ist auch gar nicht mal so gut von daher falls ich undeutlich spreche ich bin krank heute deswegen also bei den anderen Folgen ging es ja einigermaßen da habe ich auch ein bisschen undeutlich gesprochen aber jetzt weil es halt ganz undeutlich sein sollte tut es mir sehr leid ich bin halt zurzeit echt krank also ich habe auch also ich habe also ich habe Bauchschmerzen sage ich jetzt auch so gesehen und deswegen kann ich halt jetzt nicht großartig viel was sagen ich habe auch nichts am Mund oder so aber anscheinend anscheinend kann ich jetzt nicht mehr sprechen tut mir leid komm rede du ein bisschen weil ich kann nicht mehr sprechen heute hä? nein 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 du hast eine Handicap du musst es beseitigen hä du meinst doch doch du bist jetzt nicht beseitigst du meintest davor Niki dass du doch sprechen möchtest dass ich dir immer im Weg bin du sagst das du sehr sehr viel redest und danach sagst du jetzt sprichst du jetzt sprichst du viel Spaß ne 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 doch ich bin gerade vertieft in meinen Tongforce-Arbeit Sachen ah ich weiß was was wir vielleicht noch machen könnten vielleicht noch P Niki was? P das was ich so liebe dieses Spiel und du auch doch kein Paladin doch doch Paladin muss auf jeden Fall noch rein hallo nein ich will kein Paladin warum? Paladin kannst du mit Leon spielen nein ich möchte nein es ist unser Stil komm Leon, Bunny, Paladin der kann es doch ein Dreamstil äh ne nein wir spielen das schon wir schaffen das Einzelrunden nur einfach so das macht doch voll voll Bock so so im Moment wenn ihr jetzt gar nichts seht ich seh auch nichts jetzt seh ich wieder was ja nein spreche nicht irgendwie also ich spreche nicht irgendwie nach also wenn ich jetzt was setze dann spreche ich erst das liegt nicht daran dass ich jetzt ne eigene Tonspur habe oder so es liegt einfach nur daran das ich meine ja nicht woran es auch damit liegt auf jeden Fall oh Dummy Tabahd Motherfucker Tabahfucking HD heißt das nicht Motherfucker was hast du denn geschafft es ist wieder klar wer hier alles schafft wer uns hier Redstone rein holt wer uns hier den Lavasteller rein holt wer uns vielleicht sogar Diamanten rein holt ich weiß es nicht aber wahrscheinlich ich oder so guck mal jetzt zack ich bin jetzt ruhig also wenn jetzt 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 bist du dran du bist du hast ja auch zu unserem Team wir sind jetzt ein dreier Team deswegen du kannst auch mal reden hallo ja kannst du auch jetzt reden nein doch du musst es lernen du hast du mir gesagt nein ich will die ganze Folge nein habe ich nie gesagt wenn jetzt bist du dran nein jetzt bist du echt gut dann ich mir jetzt still aus außer du fragst du aber du bist jetzt an doch okay du bist genau zu tun du bist genau zu tun du bist genau zu tun du bist genau so zum zum Kanal wie nein 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 leeren 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 nein du wirst genau zu leben deswegen darfst du auch genau so viel reden viel spaß ja ich bin ich verleidigt weil ich genau so genau so gut sein so wie du Moin 20.000 kürzern ich stehe jetzt ohne kack screenshot jetzt schick ich die nachher dann kann ich dir auch zeigen sehr schön, dann können wir das auch als Dingsbild nehmen ich probiere zu machen das noch mal so sonst noch mal so machen das noch mal so in jedem Moment ist da keine andere Kuh mehr kaum komme ich kaum eine Kuh mehr da ich hoffe in Varo werden wir jetzt nicht ganz verkacken morgen kommt auch dann die nächste Folge Varo raus also am Donnerstag kommt die nächste Folge wissen die schon was passiert ist mit uns in der zweiten Folge die zweite Folge kommt jetzt am Donnerstag raus die kommt jetzt am Mittwoch die haben jetzt den Dienstag aufgenommen die kommt morgen raus also gut das heißt erst über das heißt sie wissen noch nicht was passiert sie sagen mal so es gibt vielleicht ein also die erste Folge haben sie gesehen da wo ich mich in den Turm vergraben habe da sehen sie erst am Donnerstag ja ja weil wir erst dann wieder zurück sind weil wir nehmen das jetzt hier in voraus auch weil wir die nächsten Tage wechseln so ich brauche ein Pferd und was machst du gerade fahren Farmen was denn Farmen was hast du denn wie viel Eisen hast du schon du bist schon ich war schon die nächsten Motte nicht rein Portugam ich tu Portugam das nächstes rein warum Portugam für die Kür nein Portugam Portugam ist man also für die Kür nein Junge du brauchst gar nicht mal so viele Kür die Portugam ist wohl unnötig und die Portugam gibt es glaube ich gar nicht auf dieser älteren Person du weißt dass es die Portugam nur auf die 1-7-4 ähm 1-4-7 gibt und nicht mehr auf der 1 äh 5-5-2 das ist unsere nächste Saison die hab das 10. Folge angeregt die 1-5-2 also in der übernächsten Version gibst die erst ja ok dann nehme ich für das nächste Big Reactor aus und dann nehme ich Pottugam das habe ich schon gedacht du musst dich auch selber überlegen hä? du musst dir ein anderes überlegen ah Big Reactor dann nehme ich diesen Mod dass es Rubine gibt ok das ist ne gute Idee oder wollen wenn ich erstmal obwohl nee lass erstmal sagen wir nehmen genau diesen Mod diesen Rubinen Mod und wir nehmen danach noch einfach einen Mod der irgendwie dein Dungeon hinzufügt ok also wir müssen ja gucken dass dieser Mod dann auch weiterhin kompatibel ist das wird schwierig ja das machst du ja die ganzen Big Reactor Mods und so das ist ja ganz klar die sind ja kompatibel können wir einfach in eine neue Version reinziehen naja übrigens ähm wir spielen hier eigentlich also eigentlich das ist kein das ist unser eigenes ModPick so gesehen aber das ModPick haben wir ähm abgestimmt weil wir wir haben uns TechEdLight installiert und danach haben wir einfach die Mods die wir behalten wollten drinnen gelassen und die Mods die wir nicht haben wollten rausgetan weil äh VTB Slide weil äh wie heißt das weil es einfach nicht ging dass wir irgendwie die 1.47 installieren konnten ja wir haben es versucht zu installieren aber es ging einfach nicht ich weiß nicht warum es ging nicht und dann haben wir okay gut dann installieren wir einfach die 1.47 ich glaube es ist auch vorbei jetzt hier an dieser Stelle glaube ich die Folge ich würde sagen das war's für die 2. Folge haut rein und bis zur nächsten Folge und tschüss und tschüss und tschüss